Warum gelingt es uns nur dann, etwas Cooles zu machen, wenn niemand zuschaut? Und wenn uns etwas Peinliches passiert, dann bekommt es natürlich jeder mit. Warum hören wir uns unsere eigenen Sprachnachrichten an, nachdem wir sie verschickt haben? Warum sagen wir Gesundheit, wenn jemand niest, aber wenn jemand hustet, dann sagen wir nichts? Warum hängen wir bis 3 Uhr morgens auf TikTok ab, obwohl wir eigentlich früher schlafen gehen wollten? Der zweite Teil ist auf Dimas Account.